Ladies and Gentlemen, ich präsentiere Ihnen den Tachyonen-Verstärker. Genialität in einem Kasten. Nur mit diesem Gerät reist man in der Zeit weder vor noch zurück. Man reist neben der Zeit, seitwärts, in einer anderen Dimension, wo Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sich treffen. Und Licht. Also gut, äh, irgendwelche Fragen? Nehmen Sie Viagra? Ja? Wieso haben Sie vor diesem Vortrag auf dem Klo geheult? Wieso sieht das so aus, als würden Sie gleich wieder heulen? Reicht, es reicht. Los mit euch. Na los. Sie haben den Tachyonen-Verstärker zu Ende gebaut. Hier ist es. Hier habe ich das, was hier gefunden. In der geheimnisvollen Höhle am Torf des Canyon. Was ist das? Was ist das? Das ist keine perfide Expedition! Ist es nicht klar, was das bedeutet? Matt Lauer kriegt dritten in den Hals! Pauly. Chaka. Nein. Pauly. Chaka. Will. Will. Keine unmittelbare Gefahr. Sieh damit auf, bitte! Sie laden mir Angst ein. Wir müssen in Schwung kommen. Vielleicht erreichen wir den Baum da drüben. Ein T-Rex. Definitiv auf Beute fangen. Könnten Sie sich mal ein bisschen beeilen? Sie halten uns auf. Die Sofans sind überhaupt Pumps. Das sind keine Pumps. Das sind aus Rindslener hergestellte Stiefelenden. Schon gut. Er kann hier nicht rüber. Er ist nicht gerade das, was man einen Athleten nennt, Mr. T-Rex. Man darf nicht vergessen, dein Gehirn ist so groß wie eine Walnuss. Hey Marshall! Stört es Sie nicht, dass Sie sich ständig irren? Oh doch! Es stört! Glaubt Sie mir! Es stört wirklich! Glaubt Sie mir!